Wenn du reich werden willst, musst du nach einer längeren Liste von Problemen fragen. Hallo, ich bin Bolo Schäfer, Money Coach und Gründer des 7-Jahres-Kurses Finanzielle Freiheit, der dir, wenn du ihn machst, helfen wird, in 7 Jahren deine finanzielle Freiheit zu erreichen. Aber weißt du, immer wieder tun sich in unserem Leben Probleme auf. Und das ist auch gut so, denn an diesen Problemen können wir wachsen. Wie erfolgreich wir sind, hat damit zu tun, wie viele Probleme wir in unserem Leben bereits bewältigt haben. Wenn wir nicht weiter wachsen, so liegt das an den Problemen, die wir noch nicht gelöst haben. Erfolgreiche Menschen gehen übrigens immer sehr souverän mit Problemen um oder zumindest sehr, sehr häufig. Sie sehen Probleme einfach anders als die meisten Menschen. Sie sehen sie als Herausforderung, nämlich als Chance zu wachsen. Der Gehirnforscher Gerald Hüther sagt, das ist vermutlich der einzige wirkliche Lebenszweck. Mensch sein besteht darin, mit Problemen umzugehen und sie zu meistern. Er sagt weiter, wir würden uns keinen einzigen Zentimeter vorwärts entwickeln, wenn wir keine Probleme hätten und sie dann nicht Schritt für Schritt lösen könnten. Wer keine Probleme hat, sagt Hüther, verblödet regelrecht. Verblödet ist ein starkes Wort. Wenn mir das passiert, wenn ich mit großen Problemen konfrontiert werde, dann stelle ich mir einfach vor, dass da so zwei Personen aufeinandertreffen. Der, der ich aktuell bin und der, der ich sein könnte. Und das Problem, das ist da irgendwo in der Mitte, das hilft mir, zu dem zu werden, der ich sein könnte. Genau dafür ist das Problem da. Ich kann jetzt wählen. Will ich weiter so sein, wie ich bisher bin oder will ich das Problem nutzen, um zu dem zu werden, der ich werden kann. Ein größerer Bodo Schäfer. Und jetzt möchte ich dir meine Zusammenfassung geben. Meine Checkliste, die du, wenn du ein Problem hast, einfach nur herausholst. Wenn du also auf ein Problem stößt, holst du diese Liste heraus. Das ist genau das, was ich mache. Ich hole diese Liste, die ich dir gleich gebe, einfach raus und ich lese die. Und weißt du, was dann in meinem Kopf passiert, dann sage ich mir, heute klappt das nicht. Das Problem ist zu groß, vergiss die Liste. Lies sie trotzdem, wenn du so ein Gefühl hast. Lies sie und wenn du die Liste dann liest, bis zu Ende gelesen hast, hast du schon eine andere Einstellung zum Problem und du hast schon erste Lösungsideen. Die Checkliste kannst du dir runterladen, indem du einfach auf den ersten Link in der Beschreibung klickst. Was ich dann außerdem mache, wenn ich ein Problem habe, ich lese dann außerdem noch das Kapitel 15 aus meinem Buch, Die Gesetze der Gewinner. Das ist ein gutes Kapitel. Wenn du also jetzt dieses Kapitel liest und vor allen Dingen diese Checkliste durchgehst, dann hat das einen Hauptsinn. Und der Hauptsinn ist, dass du erkennst und dir bewusst ist, hey, ich habe jetzt die Wahl. Und ich darf jetzt eine Wahl treffen. Nicht das Problem hat mich, sondern ich kann überlegen, was ich mit dem Problem mache. Tipp 1. Wir brauchen Probleme. Durch Probleme können wir unsere Komfortzone erweitern. Unsere Persönlichkeit kann wachsen. Insofern sind Probleme sogar Geschenke, die neue Möglichkeiten für uns bereithalten. Aus Problemen entstehen tatsächlich die großartigsten Dinge unseres Lebens. Es geht nicht darum, einfach nur so möglichst bequem durchs Leben zu gleiten. Es geht darum, zu wachsen, stark zu werden, Erfahrungen zu machen. Wer keine Probleme will, ist spirituell noch ein Kind. Probleme führen oft dazu, dass Menschen sich in ihre Komfortzone zurückziehen oder sie sich dann einfach dahin zurückwünschen. Ich will da sein. Aber in der Komfortzone gibt es kein Wachstum. Wer vor Problemen flieht, weicht vor allem dem Schmerz aus. Das muss uns klar sein. Wenn wir vor Problemen fliehen, weichen wir dem Schmerz aus. Und für den Schmerz gilt, wenn wir vor ihm weglaufen, wird er größer. Wenn wir aber auf den Schmerz zugehen, wird er kleiner. Also der Trick besteht darin, Probleme nicht mit Schmerz gleichzusetzen. Dann können wir lernen, Probleme zu lieben. Tipp 2. Der erste Schritt zu einem hilfreichen Umgang mit Problemen ist, diese zu akzeptieren. Ignorieren oder leugnen oder beschönigen, Verantwortung ablehnen, indem wir andere beschuldigen. Alles das ist weder ehrlich noch hilfreich. Wir sollten ganz einfach ehrlich zu uns sagen, ja, das ist ein Problem. Und diese Ehrlichkeit führt uns dann zur Tat. Schritt 3. Das, worauf wir uns konzentrieren, das wächst. Darum sollten wir uns möglichst wenig auf das Problem konzentrieren, sonst wächst das. Und stattdessen den Blick auf die Chancen und Möglichkeiten richten, die sich daraus ergeben können, auf die Lösung. Dann wächst die. Sehen wir solche zunächst noch nicht, solche Lösungen, dann sollten wir uns auf die möglichen Lösungen konzentrieren. Aber auf keinen Fall sollten wir emotional auf oder in das Problem einsteigen, beziehungsweise anderen davon ganz hochemotional berichten. Dazu haben wir nicht das Recht. Denn wir würden dann anderen und uns selbst Lebensqualität und Zeit stehlen. Und auch natürlich Energie. Tipp 4. Unsere Fähigkeit, Probleme zu lösen, ist gleichzusetzen mit unserem Erfolg im Leben. Wir können sagen, kleines Leben, kleine Probleme. Größeres Leben, größere Probleme. Großes Leben, große Probleme. Wenn wir also ein großartiges Leben führen wollen, so müssen wir auch die Bereitschaft haben, große Probleme zu lösen. Tipp 5. Allerdings, zunächst einmal, wollen wir nie wirklich die Probleme, die wir brauchen, um auf das nächsthöhere Niveau zu kommen. Wir verstehen schon, dass Probleme uns stärker machen. Ja, das haben wir begriffen. Aber wir hätten diese Probleme gerne ein wenig unproblematischer. Aber so funktioniert das Leben nicht. Statt uns über das Problem aufzuregen, es tun nur Enden, sollten wir darüber nachdenken, wie wir stärker werden können. Also frage niemals nach weniger Problemen. Frage nach mehr Stärke. Probleme sind dein Superkatapult zum Erfolg. Tipp 6. Ein Problem erscheint nur deshalb als solches, weil unsere Persönlichkeit noch zu klein ist, um es zu lösen. Wenn unsere Persönlichkeit wächst, erscheint das Problem kleiner. Also wenn ich so groß bin, das Problem ist so, erscheint das Problem sehr groß. Größer als ich wachse ich aber, wirkt das Problem kleiner. Ich frage mich bei einem Problem, wer ist jetzt größer? Meine Persönlichkeit oder das Problem? Erscheint uns das Problem zu groß, heißt das nichts über das Problem, aber ganz viele bei uns. Wir sind noch zu klein. Und genau hier sollten wir ansetzen und die Chance auf Persönlichkeitswachstum nutzen. Das Problem ermöglicht uns dieses Wachstum. Tipp 7. Seien wir Problemlöser. Damit ist jetzt nicht gemeint, dass wir das Problem lösen, sondern zunächst einmal müssen wir uns emotional von dem Problem lösen. Wir müssen verstehen, solange wir emotional an diesem Problem festkleben, werden wir es wahrscheinlich nicht lösen können. Erst wenn es uns gelungen ist, uns emotional von dem Problem zu distanzieren, dann werden wir cool. Und dann können wir unser Augenmerk auf Lösungen richten und diese Lösungen dann auch finden. Im Übrigen ist die emotionale Distanzierung auch für unsere Lebensqualität ganz entscheidend. Große Persönlichkeiten haben es uns vorgemacht. Auch wenn wir ein Problem haben, können wir uns auf andere Bereiche unseres Lebens konzentrieren, die uns gerade Spaß machen. Und wenn wir auf die Weise lockerer werden, finden wir dann auch leichter eine Lösung für das Problem. Das Problem rückt dann auch in den Hintergrund. Weil manchmal denken wir einfach, das Problem ist so groß, das ist so, als wenn wir ein Stück Dreck so platzieren, dass wir die ganze Sonne nicht mehr sehen. Das hat unser Leben nicht verdient, dass wir das machen. Deswegen schauen wir auf die schönen Dinge und dann sehen wir, die sind ja auch noch da, trotz des Problems. Oder wir schauspielern. Wir tun dann einfach so, als ginge es uns gut und tatsächlich geht es uns dann bald besser. Denn Schauspielerei verändert tatsächlich messbar die Chemie in unserem Körper. Indem wir also so tun, als wenn uns das Problem emotional gar nichts ausmacht, werden wir tatsächlich stärker. Chemisch messbar. Ein Problem hat in dem Moment seine emotionale Macht über uns verloren, indem wir uns nicht mehr auf das Problem konzentrieren. Tipp 8. In unserem Leben ist selten alles perfekt. Manchmal haben wir große Probleme, manchmal sehr große. Der Lebenskünstler fragt sich, wie kann ich heute trotzdem einen richtig guten Tag haben? Wie kann ich Spaß haben, während das Problem besteht? Es adelt doch niemanden, wenn er mit so einer Leichenbitamine herumläuft, um allen zu zeigen, hey, ich habe es gerade richtig schwer, es drückt mich. Nicht in meiner Gegenwart lachen, ich habe gerade richtig schwere Zeit. Respekt erfahren wir aber oft dann, wenn wir trotz Problemen fröhlich und heiter sind. Deswegen sage ich mir gerne, ich bin froh und heiter. Glück ist mein Begleiter, auch wenn ich Probleme habe. Außerdem ist ein grauer Tag eine herrliche Gelegenheit zu trainieren. Nämlich zu trainieren, trotzdem einen guten Tag zu haben. Tipp 9. Wir können immer Lösungen finden. Das erscheint dir jetzt vielleicht ein bisschen zu optimistisch oder gar naiv, aber ich bin mir ganz sicher, wir bekommen nur die Probleme, die wir auch bewältigen können. Eben, weil wir wachsen sollen. Also können wir immer Lösungen finden. Diesen Glaubenssatz müssen wir ganz, ganz fest in unserem Bewusstsein verankern und auch immer wieder stärken. Ich kann Lösungen finden. Und wenn ich sie gefunden habe, bin ich wieder ein Stückchen stärker. Ich bin dann weiser, machtvoller, ich habe mehr Selbstvertrauen und insgesamt bin ich dann auf einem höheren Niveau. Tipp 10. Bei Problemen gibt es eine Art psychisches Immunsystem. Und das hilft sehr schnell. Während uns Probleme zu Beginn wirklich einfach erdrückend erscheinen, beurteilen wir die Situation schon kurz darauf ganz anders. Das psychische Immunsystem hat nämlich dann mit seiner Arbeit begonnen. Nichts ist auf Dauer so traurig und so schlimm, wie wir es anfänglich sehen. Zumindest dann, wenn wir uns entscheiden, es anders zu sehen. Innerhalb von nur drei Tagen setzen die psychischen Selbstheilungskräfte ein. Der erste große Schreck wird betäubt. Panik, Trauer, lähmende Angst. All das können wir mithilfe unseres psychischen Immunsystems ziemlich schnell in den Griff bekommen, wenn wir diese Checkliste hier beachten. Tipp 11. Es ist nie das Problem selbst. Es ist immer unsere Art, das Problem zu sehen. Und unsere Unfähigkeit, uns emotional von dem Problem zu lösen. Es ist unsere mangelnde Disziplin. Wir sollen uns ja auf unsere Lösung konzentrieren. Die möglichen Lösungen, statt emotional in den Problemen zu schwelgen und dann auch noch andere emotional darüber Bericht zu erstatten. Boah, mir geht es so mies. Das dürfen wir nicht machen. Da ziehen wir uns selbst, uns andere herunter. Verschwenden wir nicht die Zeit anderer Menschen, indem wir ihnen emotional Probleme schildern. Wenn wir Hilfe brauchen, so sollten wir nur kurz und knapp und sachlich in 20% der uns für das Gespräch zur Verfügung stehenden Zeit das Problem kurz darlegen. Sachlich und in den 80% der verbleibenden Zeit zusammen über eine Lösung nachdenken. Es ist niemals, mein lieber Freund, niemals das Problem, sondern wir sind das Problem. Wir müssen erkennen, kein Problem, das ist die ganz tiefe Weisheit, kein Problem liegt außerhalb von uns selbst. Alle Probleme liegen in uns. Es ist immer unser Denken, es ist immer unsere Interpretation, es sind unsere Emotionen. Das, was wir als fatales Problem einschätzen, ist für den anderen eine willkommene Trainingsgelegenheit. Hat jemand in unserem Umfeld eine unbeschwerte Art, mit Problemen umzugehen, dann sollten wir uns davor hüten, zu sagen, hey, der ist ja oberflächlich. Sinnvoller ist es, den nehmen wir uns jetzt als Vorbild, weil wir sehen jetzt genau das, was wir brauchen. Das Problem ist immer in uns und dort wird es bleiben, bis unsere Persönlichkeit größer und stärker geworden ist. Tipp 12. Die Lösung ist meist viel einfacher, als wir zunächst annehmen. Das merken wir, sobald wir einmal angefangen haben, nur noch über die Lösung nachzudenken. Und wenn wir verstanden haben, dass wir Probleme bekommen, um an ihnen zu wachsen, wenn wir nicht aufgeben und nicht in die blöde Gerechtigkeitsfalle tappen, wenn wir nicht zu emotional sind, dann sind Lösungen gar nicht so schwer. Wir können ein Problem als Vorwand und als Entschuldigung nutzen, um aufzugeben oder als eine Möglichkeit zu lernen, zu wachsen und weiterzugehen in unserem Leben. Tipp 13. Umgeben wir uns mit Menschen, die uns dabei helfen, mit dem Problem souverän umzugehen. Das sind Menschen, die nicht zulassen, dass wir uns in emotionalen Problemschilderungen ergehen, die uns ermutigen, sachlich über Lösungen nachzudenken, die uns darin unterstützen, die gefürchtete Gerechtigkeitsfalle zu umgehen. Es gibt auf dieser Welt keine Gerechtigkeit. Das wollen wir immer, aber so ist die Welt nicht. Was es gibt, sind Menschen, die mit ihren Problemen nicht fertig werden oder sogar darin umkommen und Menschen, die ihre Probleme meistern. Suche du dir den Rat von Menschen, die ein ähnliches Problem haben wie du und das die schon gelöst haben. Tipp 14. Du fragst dich, was muss in meinem Leben anders werden, damit dieses Problem überhaupt nicht mehr auftauchen kann? Das ist bei Problemen langfristig gesehen die beste aller Fragen. Was muss ich ändern, damit dieses Problem gar nicht mehr in mein Leben kommen kann in der Zukunft? Frage dich auch, welcher Segen könnte aus diesem Problem erwachsen? Du wirst da nicht nur stärker, sondern du kannst jetzt auch deine Zukunft aktiv gestalten. Welche Maßnahmen kannst du ergreifen, um in Zukunft einem solchen Problem mit hoher Wahrscheinlichkeit überhaupt nicht mehr zu begegnen? Tipp 15. Das Leben ist ein Spiel und es gibt immer ein neues Spiel. Es ist doch überhaupt nicht schlimm, wenn man ein Monopoly-Spiel verliert. Es ist auch nicht schlimm, wenn wir ein berufliches Spiel verlieren oder ein privates. Wir können und sollten durchaus ernsthaft an die Dinge herangehen. Aber bedenken wir, wir sind doch nicht mehr als ein Windhauch im Kosmos der Zeit. Nehmen wir uns doch nicht wichtiger als wir sind. Entspannen wir uns, üben wir Gelassenheit. Gelassenheit ist eine sehr anmutige Form von Selbstvertrauen. Diese Einstellung erhalten wir, wenn wir uns bewusst machen, das Leben ist ein Spiel. Tipp 16. Denken wir auch darüber nach, welche Probleme wir schon erlebt und vor allen Dingen schon durchlebt haben. Wie wir uns damals anfänglich fühlten, wie verzagt wir waren und wie wir die Probleme trotzdem gelöst haben. Und meist stellen wir fest, wir wollten das Problem nicht. Nicht zu dem Zeitpunkt, nicht so gewaltig, nicht so erdrückend. Aber nur so hat es uns dazu gebracht, uns mit den Kräften zu verbinden, die größer sind als wir selbst. Und das war gut so. Wir haben es bewältigt und jetzt sind wir stärker. Tipp 17. Verwandle Frustration in Faszination. Indem du deinen Fokus von dem Problem abziehst und hin zu der Lösung lenkst, entsteht diese Faszination. Du bist buchstäblich fasziniert von den Möglichkeiten und von den Chancen, die du jetzt in deinem Problem entdeckst. Solange du dich aber emotional von dem Problem gefangen nehmen lässt, bleibst du frustriert. Wenn du dich emotional von dem Problem löst, gelingt es dir, fasziniert zu sein. Und wenn du fasziniert bist, findest du am leichtesten, in dieser Geisteshaltung, in dieser Lockerheit, am leichtesten eine Lösung und hast mehr Lebensqualität. Tipp 18. Tappe niemals in die Gerechtigkeitsfalle. Ich habe eben schon kurz darüber gesprochen, wer sich ungerecht behandelt sieht, der bleibt emotional an dem Problem kleben. Das ist das Problem. Du fühlst dich ungerecht behandelt, du bleibst an dem Problem kleben. Dann wird das Problem gefühlt noch größer. Es geht nicht darum, dass das Leben dich gerecht behandelt. Nicht dein Partner, nicht deine Freunde, nicht dein Chef, nicht deine Firma, nicht deine Zulieferer, nicht deine Kunden. Es wäre natürlich schön, natürlich, wenn alle diese Menschen dich gerecht und fair behandeln würden. Aber so ist das nicht immer. Und es wird auch nicht immer so sein. Wir sollten uns besser auf das konzentrieren, was wir beeinflussen können. Wir können die anderen nicht lenken, uns so zu behandeln, wie wir das gerne hätten. Aber wir können lenken, wie wir unser Leben gestalten. Und so konzentrieren wir uns auf die wichtigste Aufgabe unseres Lebens. Es geht darum, dass wir wachsen. Und wachsen an den Problemen, die sich uns stellen. Suche nicht Gerechtigkeit bei anderen. Verhalte du dich selber liebevoll. Verhalte du dich verantwortlich und fair. Das liegt in deiner Verantwortung. Die Welt kannst du nicht verändern. Du kannst an ihr wachsen und du kannst sie verbessern. Indem du dich verbesserst. Das ist wahrscheinlich eine der Wahrheiten, die am aller, aller schwierigsten zu akzeptieren sind. Aber dennoch ist es wahr. Tipp 19, die hohe Kunst des Umgangs mit Problemen ist, suche dir neue Probleme. Du hast richtig gehört. Nach dem Motto, nach jedem Problem, das wir gelöst haben, suchen wir sofort ein neues, größeres Problem. So trainierst du, deine Frustrationstoleranz zu erhöhen. Du trainierst deine Fähigkeit, mit Schwierigkeiten umzugehen. Alle erfolgreichen Menschen der Welt machen das. Tipp 20, Gewinner denken und fühlen in Bezug auf Probleme anders als Verlierer. Und zwar gibt es drei konkrete Unterschiede in der Sichtweise. Drei Glaubenssätze, die bewirken, dass sie anders denken und fühlen. Aus diesen drei Unterschieden ziehen sie ihre entscheidende Kraft. Und zum tieferen Verständnis kannst du dazu nochmal das 15. Kapitel in Gesetze der Gewinner lesen. Vor allen Dingen die Seiten 118, die Seiten ab 118. Gewinner sehen Probleme in der Regel nicht als endgültig an. Das ist der erste Mindset. Die sehen Probleme nicht als endgültig an. Der zweite, Gewinner lassen nicht zu, dass ein Problem alle Lebensbereiche beeinflusst. Die sagen, nee, das ist ein Problem für diesen Lebensbereich. Aber nicht für alle. Drittens, Gewinner nehmen Probleme nicht zu persönlich. Wenn du das Buch noch nicht hast, du kannst es dir kostenlos bestellen, Gesetze der Gewinner und nach Hause liefern lassen. Ich schenke es dir. Also klicke einfach auf den Link in der Beschreibung. Das, was wir jetzt miteinander besprochen haben, ist sicherlich extrem anspruchsvoll. Und erst recht, wenn du ein aktuelles Problem hast, das dich schier zu erdrücken scheint. Aber wenn wir, und da nehme ich mich mit rein, wenn wir die obige Checkliste in einem solchen Moment trotzdem geduldig und diszipliniert bis zu Ende lesen, dann wird das etwas mit uns machen. Das ist nämlich dann eine entscheidende Hilfe. Und hier kommt jetzt meine letzte und vielleicht wichtigste Anregung. Wir sind manchmal zu klein, um ein Problem zu lösen. Noch. Aber wir können immer mit einem größeren Kraftfeld in Verbindung treten. Nenn es universelle Energie, nenn es Weisheit, nenn es Gott, nenn es Hilfe von anderen, wie du es nennen möchtest. Oder sag einfach, alles ist miteinander verbunden. Nenn es Fügung, Führung, was auch immer. Es spielt keine Rolle. Es gibt Kräfte im Universum, mit denen wir uns jederzeit und leicht verbinden können. Und in Verbindung mit diesen Kräften sind wir stärker als jedes Problem garantiert. Also du musst gar nicht so stark sein, aber in Verbindung mit dem Kraftfeld bist du stärker. Probiere es bitte aus. Vielleicht geht es dir wie mir und wenn ich dann so auf ein Problem stoße und dann glaube, es nicht bewältigen zu können, dann tue ich zwei Dinge. Ich lese diese Liste oder und, ich treffe mich mit Freunden und Ratgebern, von denen ich weiß, hey, der tut mir jetzt in dieser Situation richtig gut. Durch beides gelingt es mir, etwas Herrliches zu erreichen. Ich trete nämlich dann in Kontakt mit meinem Kraftfeld. Ich spüre dann eine Kraft, die ich eigentlich noch nicht habe. Ich werde dann plötzlich ruhig, löse mich von dem Problem, ich werde sachlich, ich denke über Lösungen nach, ich schreibe ein paar auf, welche könnte das Beste sein. Und auf einmal spüre ich die Wahrheit der einzelnen Punkte in dieser Checkliste. Mir wird dann klar, auch dieses riesengroße Problem bildet keine Ausnahme. Und bald wird auch dieses riesengroße Problem aus der Rückschau für mich ein kleines sein. Jetzt gelten auch die Grundsätze für Probleme und dann bin ich wieder ganz bei mir. Nicht mehr aus der Bahn geworfen von einem Problem, sondern so, wie ich sein möchte. Und ich spüre, dass ich wachse. Ich kann jetzt etwas tun, wozu ich vor kurzem noch nicht in der Lage war. Ich habe immer noch die Neigung, mich zu beschweren. Bin ja Mensch, warum gerade ich? Warum jetzt? Warum auch das noch? Das ist doch nicht fair, das ist nicht gerecht. Aber ich spüre dann schon ganz tief in mir, hey, das tut mir gut. Das ist richtig so, dass das Problem jetzt da ist. Auch wenn ich es im Moment noch nicht richtig verstehe. Der größte Weise unseres Lebens ist die Zeit. Und in der Rückschau erkennen wir vieles sehr klar, warum wir das Problem brauchten, warum es gut für uns war. Also mein Freund, nimm deine Probleme an. Als das, was sie wirklich sind. Unser größter Förderer. Unbequem, ja, scheinbar gnadenlos, ja. Aber wie sonst sollen wir zu dem Menschen werden, der wir wirklich sein können? Wenn du reich werden willst, musst du nach einer längeren Liste von Problemen fragen. Also drück dir diese Liste aus und nimm sie mit. Auf Reisen, im Arbeitsplatz, zu Hause, weißt ja, Probleme werden wir immer haben. Dafür sorgt das Universum. Und die Stunde Zeit, die du brauchst, um diese Liste durchzugehen, darüber zu reflektieren, die spart dir eventuell Monate und sie verändert wahrscheinlich dein Leben. Und wenn du das eine Zeit lang gemacht hast, da kommt ein Problem, du musst dir erstmal einen Moment lang dich sammeln, mal kräftig durchatmen, dann liest du diese Liste, dann wirst du sehen, du wirst stärker. Und irgendwann kannst du dich fragen, was habe ich damals gemacht, richtig gemacht, um diese Probleme zu lösen. Und dann veränderst du dich systematisch immer mehr. Dann hast du ein System geschaffen, mit dem dir die Zukunft nichts kann. Weil du weißt, egal was da passiert, hey, ich habe ein System dafür.